Ja, Moin von Phuket, hier ist wieder Matthias von Sea Phuket und wir waren in der Bangla Road. Wir haben nämlich jetzt Songkran, das Wasser- und Neujahrsfest in Thailand und da ging richtig die Post ab. Schau mal hier, das ist die Vorschau dazu. Und es gab ordentlich Getränke. Stay tuned. Ja, es war richtig, richtig geil, das Fest. Und hier kommt erstmal die Anfahrt, das ist unten an der Rawai und du siehst schon mal, was da los ist. Und überall standen die Leute und hatten irgendwas mit Wasser in der Hand und haben alle nass gespritzt. Hauptsächlich die Leute, die mit dem Roller gekommen sind, wenn man ein Fenster auf hatte, haben sie versucht auch reinzuballern. War ja auch völlig in Ordnung, hat aber Spaß gemacht und wir haben es ein bisschen provoziert. Ja, also ab nach Patong, ab in die Bangla Road, gucken was da los ist. Du siehst hier, überall werden sie nass gespritzt und alles was geht irgendwie. Es ist super, super heiß zur Zeit und das ist eine mega Abkühlung, wenn man ein bisschen mit Wasser abgespritzt wird. Du siehst es hier im Bus, das ist so ein normaler öffentlicher Bus. Die Tais sind völlig entspannt, die genießen das sogar noch. Also gleich sind wir in der Bangla und da ist es auch schon und da geht die Party ab. Wir waren am Nachmittag da, sind bis zum frühen Abend geblieben. Und ja, es wurde immer voller und die Party wurde immer geiler. Mega Party, genieß es, stay tuned. Musik Musik Das war's für heute. 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 Das war's für heute.